Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rocket League. Mann ey! Schritt zum Tor, zurück bei einer kommt jemand entgegen. Ach du Kacke. Ich hab den schon abgelenkt. Ach du Kacke, hast du den Fall schon abgelenkt? Den hab ich nicht gesehen. Toll. Aua, ich wurde gebammt. Was ist das hier? Ne! Ich dachte schon, das ist so ein beschissenes Kack, wer hier reingehen würde, was? Schön. Schön. Warte, hab ich... Ich brauche Hust, ich brauche Hust. Warte, ich brauche Husten. Was, was? Geil. Ja. Nein. Jetzt ruft er doch. Aua. Ja, warte, lass, lass. Hast du gut weggerammt. Ah. Nein, der geht so törlich. Natürlich! Manchmal doch lieber wer ist geschlossen. Sof, das war schon fast geil von der Bildfläche. Nein, 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 nein. Böh. Mh. 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 Ah, der ist geil, der ist perfekt. Und ich hing so doof in der Ecke rum, weil ich konnte nichts machen, weil ich in der Luft war. Ich habe gesagt, jetzt bloß ein Saven, Alter. Wie nicht saven? Ja, von Pascal vielleicht, weil jetzt ein Schuss kam, aber es kam keiner. Ich glaube, du hast gesagt, jetzt bloß nicht. Ja. Aber wir standen alle im Tor. Richtig. Ja, ich stand im Tor und ich wollte Pascal den Schuss nicht blocken. Ach so meinst du das? Ja. Was war das gerade? Ja, ich werde abgedrängt. Ich hänge am Pfosten. Wie einer am Pfosten hängt. Wir haben die Arme vom Pfosten nicht weg. Das ist immer schön, dieser Pfosten da. Wir haben uns aber hier gerade ordentlich zerlegt. Aber was machst du eigentlich, wenn du am Pfosten bist? Da kommst du wirklich nicht weg. Richtig. X-Plan. Komm Pascal, schieß ihn weg. Okay. Ach scheiße. Okay, wir gehen nochmal hin. Lauer. Wir kriegen ihn ja noch hin. Natürlich, in einer halben Minuten. Also wenn wir jetzt absteigen, müssen wir nochmal eins spielen, damit wir wieder aufsteigen. Toll. Komm Jan schicken, Bruder. Jawoll. Gut gemacht schon, ne? War ja Pascal. Ich hab aber auch keinen Boost. Hä? Ich wusste, dass kommt. Ja, bei mir kommt das Geräusch. Ich hab so nix passiert. Ach scheiße. Ja. Oh. Ach. 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 Digga. Der geht natürlich wieder genau. Der geht natürlich wieder genau. Hihihi. Hältst du doch wieder reingangt. Hahahaha. So. Geh gleich mal in den Rainbow rein hier. Das war ne dumme, dumme Scheiße hier schon wieder. Das scheint zwar gerade richtig, ne? Hahahaha. Ja. Boah. Weil so Scheiße dann wechselt, ne? Du verlässt dich so da drauf, ne? Okay. Hihihi. 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 Ach Leute. Hihihi. Geh weg von mir. Ja komm, wir machen noch ein Eigentor. Warte, schau was drauf. Das treffe ich jetzt wahrscheinlich. Pass auf. Ab. So. Raus da.